Hey Leute, wir spielen heute zur Abwechslung mal ein kleines, ja, Browser-Game, das heißt I Saw Her Standing. Ich hab's noch nicht angezeigt und ja, hier steht auch schon die Steuerung, die Steuerung. Wir sind hier so ein kleiner, ein kleiner, so ein kleiner, ich weiß nicht was das ist, oh okay, wir sind so ein Info-Punkt, weißt du, wir sind so ein Info-Zeichen, kommt her, ich bin sehr informativ und weiß alles und wir können hier richtig geil rumjumpen und da ist schon ein pinker Info-Zeichen, wow, I Saw Her Standing Here, oh, but then she was a zombie, okay, denkt schon mal gut an, dann lass uns das Spiel spielen, mal schauen. Sehr schöne Musik, wie ich finde. I loved her, but she was a zombie, okay, was müssen wir jetzt machen? Hier ist sie, ja, und sie tötet uns. Okay, was müssen wir jetzt machen? Hier haben wir, aha, okay, was können wir machen? Müssen wir mal gucken, wie wir das verstehen, also, vielleicht müssen wir sie einfangen. Komm mit, ah, 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 und, gut, weg mit dir, ah, so I put her safe in the cage, ja, da hast du dich schön eingesperrt. So, I knew she loved me too. Ja, weißt du, dass sie dich liebt, sieht man auch. Ah, ah, komm mit, hallo, ah, ich hab dich so lieb, ah, ah, also, muss ich gleich mal über dich drüberjumpen. So, und, so, ja, also, wir sehen schon mal das Prinzip, because she was tried to hug me, ja, sie will dich auf jeden Fall umarmen, ne? So, sometimes the cage was hard to reach, ne? Komm her, komm her, süße, du zombie, Frau, du, ah, 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 so, okay, also, wir haben das, I'm glad she loves to follow me, ja. She liked to escape from her cage, yeah. So, okay, müssen wir mal gucken, komm her, okay. Ah, come here, du hast mich doch so lieb, ne? Oh, ja, ah, ah, so, kommst du. So, but I will always put her back. She was sneaky and going to sneaky places, ja. Da ist sie schon sehr sneaky. Müssen wir mal gucken, wie wir die da hinkommen, ne? So, also, finde ich echt cool und die Musik ist auf jeden Fall sehr schön, also. Ist auch eine sehr coole Story, wie ich finde, ne? Und diese Grafik, also diese Grafik, die ist ja unschlagbar hier. Also diese Grafik, die ist unschlagbar. Ohne jetzt. So. I love her cars of me, Schaff. Lovers in a dangerous time. Act 2, okay. Jetzt wird's gefährlich. There were other zombies too. Okay, da sind noch andere Zombies, finde ich nicht so cool. Bobille. Da muss man ein anderes Bobille kommen und den anderen Zombies mal so ein bisschen essen oder so. Weiß nicht. Ja, kommen doch beide rein. Hab ich beide lieb. Um den Moment. Ja, und der auch die nicht. I didn't love them at all. Ja. So. Die mögen mich alle. Die Zombies, die lieben mich. There were mean and got in my way. Ja. Die sind alle in meinem Weg. Das wollen wir nicht. Deshalb tun wir mal die süße Zombiedame. Hier mal runterlocken. Und. Ah. Tot sein. Aber irgendwie findest du das Spiel schön. Und die Musik ist auf jeden Fall sehr schön. Also. Musik ist schön gemacht. Wenn die extra für das Spiel entworfen wurde. Das ist sehr schön. Also Musik war auf jeden Fall sehr schön getroffen. Gerade für ein Zombiespiel. Sehr schön Musik war. Ne? So. Okay. Aber jetzt wird es so ein bisschen tricky hier. Schauen. Wie machen wir? Ah. Oh mein Gott. Das war knapp. Aber. Die mögen mich alle. Deshalb kuscheln die mich. But I was a lot smarter than them. Ja. Ich bin ein bisschen smarter als die. Ein bisschen klüger hier. Kann ich dich auch einsperren? Ich hoffe nicht. Ah. Auch wenn es ganz praktisch wäre. Ich will sie gar nicht einsperren. Weil die sind so böse. Wollen mich umbringen. Aber nur meine Liebe. Meine Liebe. Die möchte ich einsperren. Geh weg. Nein. Wieder Zombie. Nein. Finde ich uncool von ihr. Ah. Meine Liebe will mich umbringen. Ah. Geh in den Käfig. Ah. Lucky I'm a really good jumper. Ja. Du bist ein richtig guter jumper. Du Info. So. Was ist das? Sometimes I'd even. Fahnte Ghan. Ich hab mal ne. Okay. Dann kann ich schießen. Aber ja nicht meine Geliebte. Manchmal finde ich. Ah. Ghan. Und sterbe. Ah. Okay. Also wenn du mal unsere Ghan. Die auch sehr schön gemacht ist. Aus zwei Strichen. Und es wird geschließen. Da mal ein bisschen. Okay. Sie kann ich nicht abschießen. Okay. Finde ich gut. Ah. Okay. Da ist der Käfig. Der Käfig. Und die kann ich nicht abballern. Ja. Okay. Ist natürlich auch praktisch. Tja. Hui. Oh. Baller. Take that other zombies. Ja. Es tut nur andere Zombies. Und. Oh Gott. Oh Gott. Also ein Jump'n'Run. Also ein Jump'n'Run Story Spiel. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich mag ja genau so schöne Storys. Ist mir wichtig. Mein Liebes. Ah. Du bist ein OP-Zombie. Die kann man einfach nicht killen. Mein Liebes. Wah. Wah. Auch du. Komm her. Mobille. Huiui. Ach wie der auch rumjumpt. Das gefällt mir. Hui. Und. Schabub dich. Oh. Oh mein Gott. Das war knapp. Tja. Und. Komm ab. Nimm die Weg. Tja. Nothing going to keep me from my girl. Ja. So. Eck 3. Phile Sofa isn't a carrier. There are other zombies. Oh. Ich hab den Text gelesen. Got really angry. Okay. Die sind sehr wütend. Und kommen sehr schnell auf mich zu. Ah. Das sind super Zombies. Super wütende Zombies. Aber mein Liebes. Ist natürlich nicht so wütend. Es geht einfach brav in seinen Keep. Ne. Oh. Ne. Es töten mich. Aber. Es küsst mich und ich falle um. Komm her. Bubille. So. Ah. In der Luft töten sie mich nicht. Ach. Und du. 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 Faules Stück kommst einfach nicht. Obwohl ich. Obwohl du mich sehen kannst. Ich weiß ja nicht wie das bei Zombies ist. Ob die alle. Ah. Brille brauchen oder so. Und die irgendwie mal verloren haben. So. Haben wir. Dead Wars. I gots. Pretty scary. Ich war sehr. Sehr. Ängstlich. Hattete sehr Angst. Hat man gesehen. Ich hatte ein paar Versucher gebraucht. Und ich habe einfach. Die Jump Taste. Statt wie. Dachte ich mir einfach. Ne. Ich benutze einfach mal. Space. Und dann. Ja. Habe ich leider nicht geschossen. Aber. Wollen wir natürlich gleich. So. Und. Ich auch. Ah. Und die zwei auch. Zwei Verrückten hier. So. Hallo. Mein Lieb war stärker als mein Vater. Oh ja. Sie ist sehr stark. Deine Liebe. Ey. Ja. Das sieht man auch. Deshalb liebst du auch einen Zombie. Alter. Was bist du für ein kranker Mensch. Also. Info Punkt. Aha. So. Der always stopped when the. When she was safe. Oh. Hm. Bissie tricky. Muss ich glaube ich erstmal alle nach unten locken. Ich muss halt den da. Oi 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 oi. Oh. Ich werde sterben. Oh. Hey. Aber die zwei habe es geschafft. Okay. Nochmal. Ja. So. Bam. 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 Nein. Das war dumm. Also. Das war schlecht. Das war jetzt richtig schlecht. Anfang war gut. Aber. Das war schlecht. Und ich bin tot. Weil meine Dame mich geküsst hat. Und ich bin tot. Okay. Also. Mal schauen. So. So. Mann. Eben habe ich es doch geschafft. Ich muss auf der Plattform. Muss ich ja nochmal jumpen. Oder. Ich gehe einfach sterben. Ist natürlich auch eine Option. Aber keine gute. Ach. Verdammt. Wie mache ich das? Ich gehe jetzt mal einfach gedrückt. Mann ey. Kann mir nicht so schwer sein. So. Oh mein Gott. Endlich. So. Schauen wir hier rüber. Und hier rüber. Und dann ist hier Massaker. So. Komm her. Meine Herzen ist da. Ach. Du siehst so süß. Mit deinen grünen Punkten. Und deinem. sehr. Ein sehr gesunden. Gepflegtem Aussehen. So. There was happy for you. Our love. Ja. Gleiches. Sie happy. Dass sie mich liebt. Vielleicht auch nicht. Weil sie ein zombie ist. Und nicht töten will. Aber. Sie mag es. Wenn sie mich tötet. Dann freut sie sich. Zum herzbein. Dann freut sie mich. Töten. Ja. Jetzt. Wenn jemand anders sich tötet. Wenn sie. Einfach den kill gesteilt bekommen. Dann freut sie sich nicht. Dann ist ihr herz einfach gebrochen. Weil. Die hasst einfach killstealer. Killstealer einfach. Nicht mag. Sind ihr nicht so sympathisch. Killstealer. Aber sie ist mir sehr sympathisch. Ich liebe sie nicht. Und ich gehe einfach. Und sterben. Ich versuche es mal von der anderen Seite. Marjall. Ah. 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 Geh weg von mir. Ihr. Häsling. Infopunkte. Ich kann mich auch durch die Wand sehen. Mann. Mann. Sechzeh. Nicht sechzehn. Zwölf Stück sind es. Auf jeder Attage. Vier. Attage. Auf jeder Attage. Auf jeder Attage. So. Ach. Mann. Wie mache ich das denn? Ah. Ja. 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 Und die Waffe hat sich da jetzt ab. Aber. Du musst die noch fragen. Okay. Mein kleiner. Zeitrauffe. Nein. Nein. Aber ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Jetzt gehen alle auf mich. Jetzt sind alle konzentriert auf mich. Jetzt gehen alle auf die Seite. Außer meine Geliebte. Die ist nicht so Mainstream. Jetzt lockere ich die alle hier hin. Und jetzt stürme ich zur Waffe. Jetzt sind sie alle unten. Diese Idee war genial. Das war genial. So und weg mit euch. Jawohl. So. Jetzt kommt es doch auch mal eine Herzensdame hier. Ich habe sie doch ganz so lieb. So. Und so. Man, oh man, oh man. Das ist das. But then she was a zombie. Could we be getting together all together? I saw her standing there. Dann sie will mich töten. Ah. Nein. Nein. Der Käfig. Er hält nicht. Oh nein. Und dann war ich ein Zombie. Und all the humans everywhere died. But the guy and gold Zombies were in love. So it's good. To sunbraid. They made delicious pancakes. Ja. Also, jetzt ist er auch ein Zombie. Die beide haben sich ganz doll lieb. Und sie macht gute Pfannkuchen. Und ja, Zombies können Pfannkuchen machen. Und das ist das Ende. Ähm, ja. Share this game. Please. Ja, kann man natürlich gerne sharen. Tun wir gerade auf YouTube sozusagen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da. Und auch noch mal so einen Kommentar. Den Kommentar mache ich eigentlich am liebsten. Und dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vorausgesetzt, du schaltest da ein. Das ist natürlich mal die Voraussetzung. Aber, nun ja. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Voraus geht's. Du schaltest da ein. Das ist sicher auch nicht. Und dann, ciao. Und dann, äh, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.